Ja, nur eine kurze Service-Durchsage. Und zwar hatte ich in den letzten paar Wochen ja so ab und an mal ein Android-Video reingeschmissen. Und ja, da wird jetzt erstmal nichts kommen, nur dass ihr Bescheid wisst, weil ich habe da einen Kanal gefunden, der nennt sich iBasic Tutorials. Und der deckt relativ weit das ab, was ich so in nächster Zeit mit meiner App vorhabe. Und naja, der hat so gut erklärt, das muss ich da nicht einfach nochmal nachsprechen. Geht einfach zu ihm rüber, guckt es euch an, der erklärt, wie man zusätzliche Seiten macht, wie man Optionsmenü macht, Dialoge, wie man die ListView benutzt und wie man eine SQLite-Datenbank verwendet. Auch mit dabei ist Barcode-Scanner, das war das nächste große, was bei mir so auf der Liste stand. Also ja, ich denke mal für die nächste Zeit decke ich mich mit den Tutorials selber ein. Und wenn ich dann an irgendeine Stelle komme, was dann bei ihm nicht erklärt ist, dann werde ich auch wieder was machen. Aber das könnte ein bisschen dauern.